Oh je, aha Parkinson Parkinson Geile Putze Die ist schöner als die vom anderen, das kann ich das Haare You have one new message Hello, it's Mark from Miami Dropoff It looks like you risked our delivery last night We've got another puzzle for you today Please drop the fuck off this shit on the fucking bitch Aha, aha, gut, werd ich machen La 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 Auf mein Bike drauf Wo ist mein Bike Erst meinen Helm anziehen, dann wieder Äh, na Headhunter Liegt auch dieser Herr hier Großen Wert auf Sicherheit Sicherheit ist das A und O Und darf auf keinen Fall Ich wiederhole, auf keinen Fall Wiederhole, liegt dein Arm? Liegt da ein Stück Arm? This is so arm Let's do it Hm, hm, let's do it Oh yeah, let's do it Oh, oh, let's do it Oh yeah Geile Mucke, die Mucke gefällt mir jetzt gerade sehr, sehr gut Warum hab ich da so einen fetten Run hinbekommen Gucken wir mal Gut, gut Das war knapp Zu früh geschlagen, aber dann direkt nochmal einen zweiten hinterher Ja, auf den, auf den Deckel Gut, Glas ist natürlich jetzt schlechte, schlechte Wahl hier Beim Bau eines solchen Gebäudes In das ich ein Nicht einbrechen, aber einfallen soll Oh, du kleiner Schweineköter Ich hab ihn nicht richtig gesehen, muss ich zugeben Da war ich etwas geblendet Von meinem Messer Ich find die Lichtsituation hier richtig cool Bitte geh doch einfach alle in eine Reihe So, genau Gut, gut, gut Ich hab keine Nice mehr zum Schmeißen Und da unten sind bestimmt wieder welche hinterm Fensterchen, die mich erwarten, ne? Gut, keine Fenster, das heißt Das heißt erstmal den Hund killen Der muss etwas näher kommen, sonst hab ich da keine Chance Ich muss nochmal da kratzen So, ah, obacht Gut Komm, ich nehm jetzt trotzdem meine Waffe mit Kann ich nicht Gut Macht ja auch Spaß so Hello! Hello! What's the matter? Can I help you? Hello! Mal ganz einfach eigentlich, äh Die Finesse lag natürlich daran, dass man nicht hinfällt